Eine Gerade zu zeichnen, wenn man die Geradengleichung kennt, erfordert zwar ein wenig Übung, ist aber ganz einfach, wenn man den Dreh erstmal raus hat. Man markiert die Stelle, an der die Gerade die y-Achse schneidet und bewegt sich dann entsprechend der Steigung voran oder markiert einen weiteren Punkt auf der Geraden. Danach verbindet man diese beiden Punkte und schon ist man fertig. Man muss jedoch nicht immer eine Gerade zeichnen. Manchmal muss man die Geradengleichung berechnen. Und das wiederum ist etwas schwieriger. Noch mal eben zur Auffrischung. Eine Geradengleichung sieht grundsätzlich so aus. y ist gleich mx plus c. Die einzelnen Buchstaben können bei euch vielleicht ein wenig anders aussehen, deswegen die kurze Erklärung. Der y-Wert eines Punktes ist gleich die Steigung mal dem x-Wert desselben Punktes plus der y-Achsenabschnitt. Ganz ehrlich, manchmal finde ich die ausführliche Version einer Formel oder Gleichung verständlicher als die mathematische Abkürzung. Wenn ihr eine Geradengleichung nur berechnen sollt, habt ihr immer einige Angaben, sonst könnt ihr ja nichts rechnen. Hier gibt es aber natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich will sie mit euch der Reihe nach durchgehen, aber dazu müsst ihr wissen, wie ihr die Steigung berechnet, denn das möchte ich nicht auch noch in diesem Video erklären. Das wäre ein bisschen viel. Seht euch dieses Video zum Steigungsdreieck an, wenn ihr nicht wisst, wie man die Steigung berechnet. Gut, gehen wir davon aus, ihr kennt die Steigung und den y-Achsenabschnitt. Eure Gleichung lautet also zum Beispiel y ist gleich 2x plus 1. Dann habt ihr wohl die einfachste und gängigste aller Möglichkeiten. Die Gleichung steht nämlich schon da. Ihr müsst sie nicht mehr berechnen. Dennoch könnt ihr damit rechnen. Ihr könnt jeden beliebigen Wert für x einsetzen, um den zugehörigen y-Wert auszurechnen. Damit erhaltet ihr immer einen Punkt, der auf der Geraden liegt. Ihr könnt übrigens auch einen Wert für y einsetzen und so den x-Wert ausrechnen. Diesen Grundgedanken solltet ihr euch gut merken, denn ihr werdet ihn gleich brauchen. Fehlt euch nämlich der y-Achsenabschnitt, müsst ihr jeweils einen Wert für x und y einsetzen. In solchen Fällen könnte die Gleichung so aussehen. y ist gleich minus 3x plus c. Auf den ersten Blick sieht das so aus, als hättet ihr nur eine Angabe, nämlich die Steigung. Tatsächlich wisst ihr aber auch, dass beim y-Achsenabschnitt gilt x ist gleich 0 und y ist gleich c. Zum Berechnen der Geradengleichung reicht das aber noch nicht. Ihr braucht noch eine weitere Angabe. In solchen Fällen steht dann meistens irgendwo, dass die Gerade durch einen Punkt geht. Zum Beispiel durch den Punkt 5 minus 4. Damit habt ihr zwei weitere Angaben der Geraden, nämlich x und y. Setzt die Werte einfach ein und ihr könnt c berechnen. Minus 4 ist gleich minus 3 mal 5 plus c. Das bedeutet, c ist gleich 11. Diese 11 setzt ihr in die Geradengleichung ein. y ist gleich minus 3x plus 11. Das ist eure Geradengleichung und damit könnt ihr die Gerade dann auch zeichnen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr richtig gerechnet habt, setzt einfach alle bekannten Werte in diese Gleichung ein. Rechnet also minus 4 ist gleich minus 3 mal 5 plus 11. Am Ende solltet ihr 11 ist gleich 11 erhalten. In anderen Gleichungen sind es natürlich andere Zahlen, aber immer steht im Ergebnis links und rechts dasselbe. Solange das so ist, habt ihr richtig gerechnet. Wenn links und rechts mal nicht dasselbe steht, habt ihr euch irgendwo verrechnet. Das ist übrigens ein grundsätzlicher Tipp und funktioniert nicht nur bei Geradengleichungen. Eine weitere Möglichkeit beim Berechnen einer Geradengleichung ist, dass euch die Steigung einer Geraden fehlt. Eure Gleichung lautet also beispielsweise y ist gleich mx minus 1. Wie schon gesagt, für solche Fälle müsst ihr wissen, wie man die Steigung berechnet. Dazu gibt es ein separates Video. In jedem Fall kennt ihr aber einen Punkt, der auf der Geraden liegt, sonst könnt ihr die Steigung nicht berechnen. Sagen wir, der Punkt lautet 1,1. Zur Berechnung der Steigung braucht ihr noch einen zweiten Punkt. In manchen Aufgaben gibt es sogar noch einen weiteren Punkt. Wenn nicht, denkt an den y-Achsenabschnitt. Den kennt ihr. Bei 0 minus 1 schneidet die Gerade die y-Achse. Ihr könnt die Steigung also mithilfe des Steigungsdreiecks ausrechnen. Sie ist 2 durch 1 oder eben 2. Die Geradengleichung lautet demnach y ist gleich 2x minus 1. Ihr könnt das aber auch ohne das Steigungsdreieck berechnen. Setzt einfach den Punkt in die halbwertige Gleichung ein. 1 ist gleich m mal 1 minus 1. Das könnt ihr ausrechnen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut mal hier rein. Hier werden die sogenannten Äquivalenzumformungen erklärt, die ihr bis zum Schulabschluss und darüber hinaus brauchen werdet. 1 ist gleich m minus 1, also ist 2 gleich m. Ja, das haben wir eben ja auch schon rausgekriegt. Passt also. Sollt ihr Geradengleichungen berechnen, ist es hilfreich, wenn ihr euch zunächst vor Augen führt, welche Angaben ihr habt und was euch noch fehlt. Ihr braucht immer die Steigung und den y-Achsenabschnitt. x und y bleiben Platzhalter. Auf dem Weg zur Geradengleichung können sie aber durch Zahlen ersetzt werden, damit ihr die Steigung oder den y-Achsenabschnitt berechnen könnt. Wie so oft in der Mathematik, so könnt ihr auch das super gut üben. Denkt euch einfach eine Geradengleichung oder eine Gerade aus. Vergesst dabei nicht, dass ihr mit der Zeichnung der Geraden immer überprüfen könnt, ob ihr richtig gerechnet habt. Das gibt euch auch bei Hausaufgaben und Klassenarbeiten etwas mehr Sicherheit. Bu Untertitelung des ZDF, 2020